Ich wollte gerade sagen, geht wahrscheinlich nicht gleich richtig ab. Herzlich Willkommen bei Smite, Lille ist Sauer. Ja. Smite, äh Lille Smite. Ach, ich höre mir das mit Genuss an, das ist mit Gelungenabwixen zu Sonnen. Wir haben das CS für uns und sind vollkommen cremate, deswegen werde ich nicht viel labern, sondern einfach das Team Gelaber laufen lassen, wie es ist. Ich bin 100. Oh, und wenn keiner was sagt, kann ich noch Blödsinn labern. Hier ist Yoshi, der ist an einem schuld. Richtig. Yoshi spielt Nuva. Er kriegt jetzt eins aufs Hinterteil. Hast du den falschen Ring gekauft? Ja. Falschen Ring gekauft. Ernst, ey. Wenn du schon so Nuva-Antrag machst, dann muss das auch der richtige Ring sein. Gegen das Team ist das aber tatsächlich der richtige Ring, was will er mit Magical Protection? Weil der ist allgemein geil. Ja, Wulken. Der Kines ist wegen dem AOE und Co. glaube ich, ein wenig besser, oder? Bup. Ja gut, aber die Wave kriegen wir ja ohnehin gekehrt. Bup. Stimmt, weil wir ja nicht alle Midi sind irgendwie. Ja, wir holten die und dann sind die alle weg. Ich kann dir einfach mal in Affen werfen und sobald er trifft, mich rein teleportieren. Dann kannst du eigentlich nicht und sterben. Nein, ich drück dann vier. Dann geht's rund. Na dann. Los geht's. Es ist dunkel, ich seh nichts. Alter. Ich hab meine Eins dreimal gedrückt, der hat's geaktiviert. Double kill. Dieser dämliche Vulkan-Knockup, oder was das war? Ich hab kein Küppel, oder? Vulkan-Knockup? Ich weiß nicht, wer alles genock-up wurde, aber ich wurde schön genock-up in meiner Ult. Knock-up, knock-up. Knock-up ist so ein behinderter Mechanismus. Wer den erfunden hat in Smite, gehört einfach nur Erschossen. Warum, was ist inzwischen halt echt nerviger als ein Stun oder so? Nun kannst du dir nicht beatzen. Du kannst dir vorher beatzen. Ja. Die Reaktion wünsche ich jedem. Welchen Lock-up redet ihr eigentlich? Über jeden. Hey. Wie die Gitter haben noch einen Lock-up? Evo, Vulkan. Evo, Vulkan und... Ja. Drei von Wukong. Der hier poked ist krass. Die treten nicht mehr hoch, das haben sie hoch. Okay. Die können eigentlich draußen stehen, bis wir wieder Ults haben. Die Slot dafür jetzt um 30 Prozent. Ach, ne Vulkan-Ult auch. Wessen Nebel hat mir eigentlich gerade erschwert, die Vulkan-Ult zu sehen? Rico, mach was. War nichts zu machen, die können alle raus-dashen aus meiner Ult. Wo zählt, dash? Special, dash hinterher. Oder lass Navig-Ult noch durch. Ich spring nicht hinterher. War der Falsche. Wo es am Ende war. Ist das nervig mit dem... Leckt mich. Ah, es hat mir leicht. Der kommt nicht raus. Upp, scheiße, Vulkan. Latsch dabei. Oh, natürlich. Weil ich zu langsam auf fucking Meditation gedrückt hab. Ich hab trotzdem noch keine Ahnung, was bei mir immer nach der Ruhi passiert. Das ist wie... Wie wenn ich von einem Hades gebleinten werde. So fühlt sich das an. Du wusstest gar nicht, dass Hades gebleinten wird. Und Allah hat sich gebleinten wird. Ha, 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 ha. Ja, ich bin seit wann. Seit wann kann Hades blinden? Ich dachte, das kann Hurra. Thanks. Alles das gleiche. Obstgarten. Wir spielen gegen Obstgarten. Ich dachte zuerst, der Spieler sagt mir was. Dann fiel mir jetzt gerade ein, dass es ein Spiel ist, als ich für meinen Neffen nachgeguckt hab. Nein. 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 Gesundheit. Gesundheit. Danke. Warum hört man eigentlich wilde ab und an, mein Du hast? Du musst du tor aus. Nein, Mikro. Oh, ich kenne der Bruder, der Bruder, der Bruder, der Bruder, der Bruder, der Bruder. Na ja, er schießt eine Bombe auf mich. Hat irgendwer schon Salvation? Ja, zehn Sekunden. Uh. Jetzt zwei. Da hab ich, denke ich, geheilt oder wirklich einfach nur Schaden begatet in meiner drei? Ähm. Geheilt. Geheilt um 500 oder so einen festen Wert. Ne, geheilt um den Schaden, den du nimmst in Prozent vom Schild. Ist ein bisschen verwirrt. Du kriegst ein Schild, das ein bestimmtes Leben hat. Und einen Prozentsatz von dem Schaden, der von dem Schild zerstört wird, während es existiert, kriegst du auch das Leben. War das richtig? Ich weiß nicht, wie sie es gepatcht haben. Was, von wem redet ihr? Nochmal bitte. Nemesis. Weiß das hier ist? Schild. Der Schild hat nur noch 100% weg. Oh, der Schild hat nur noch 100% weg. Natürlich schließt der da hin. Man sollte ja auch... Geht mir... Ich weiß nicht, wie er ist. 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 Na toll. Jetzt geht's gut. Dreck. Ach, sch... Ich sag mir schon. Nico, du bist tot. Was passiert? Und du hast uns alle umgebracht mit deiner Initierung. Leute, willst du dir den Tod anhalten? Hast du es gehört? Oh, ne, du hast Navig, bei dem ist das normal. Oh, ja. Ja. Wäre alles nicht passiert, wäre Yoshi nicht AFK gegangen. Ja. Dann hätte jetzt nicht die Lenni zu war und alles wär gut. Nee, ich hab ja nicht nur war. Dann hättest du... Achso, ja. Dann hätte ich das Spiel schön gewonnen. Dann wäre der jetzt nicht gestorben. Ich geh jetzt mal. Ich hab Servation. Oh, alle haben Servation. Na klar, ist dein Stun größer als mein fucking Charge. Ah, ich hab noch keins. Wollte Meld. Weg. Sag mir das, dass ich keine Ultab-Stiefel. Ja, ich geh ja schon wieder. Lass mich mal in Ruhe. Ja, meine Ult darf sich ausführen, muss aber nicht. Ist nicht schlimm, wenn sie es nicht macht. Gar nicht schlimm. Ich hab viermal vier gedrückt bestimmt, mindestens. Nichts passiert. Oh. Das ist nicht... Genau, mein Affe geht in die Wand, aber die Kanone schießt durch. Irgendwie check ich das nicht mit der Heilung. Du musst Schaden nehmen, dann kriegst du Heilung. Ja, ich stelle dich in die Kanone und da passiert irgendwie nichts. Ich krieg immer nur Schaden. Nein, die Minuten sollte ich nicht mit dem Affe gehen. Ich will bespielen. Wieso braucht meine Ult zu so seltsam, Lach? Sehr schön, Lille. Warte mal, ich stelle jetzt... Ist... Na egal. Ich hab die jetzt dann nochmal auf Instacast umgestellt. Keine Ahnung. Jetzt wird alles besser. Mach mal deine 3 in den Tower. Den hab ich doch schon. Heim ich, Mariko. Boah, nicht die. Brückenholt. Au. Inservation in 7. Oh. Ab. Sorry, Navig. Ich musste drücken. Ich dachte, die ultet jetzt Riku. Ja, ist okay. Ich glaube, ich hätte das eh überlebt. Boah, wir sind ja schlimmer als ne Hell. To battle my children. Guck mal, ne Anspielstation. Warum bist du denn nicht rein? Ich hab keine Ult. Ah, ich trau nicht. Oh. Natürlich wieder ein behinderter Knock-Up. Autsch. Aber lass mal retreaten. Leck mich. Ja. Ich hab jetzt auch Souveränity. Ja, hab ich gesehen. Daran hab ich zuerst überlegt. Ja, seit Anfang an. Okay, die ultimate trifft. Naja, das machen wir schon. Egal. Scheiß auf den Tower, wie haben sie jetzt? Ich hab Cooldown Reduction. Der Drops ist gelutscht. Hey. Na dann. Ich bin aber nicht da. Ich hab alle Tests auf Cooldown gebracht. Gut gemacht. Ja. Den zu Silenzen beseitigt übrigens den, ähm... Also Nies in Ruhe lassen. Würde ich sagen, oder? 4-0, ja. Volle zu erscheinen. Oder ist noch ne schöne Anspielstation? Ja. Ich hab Cooldown. Ich hab Cooldown. Ich hab Cooldown. Ja. Ich hab Cooldown. Ich hab Cooldown. Ich hab Cooldown. Habs ihr schon Cooldown? Ja. Ja. Oh ja. Ich stand auch neben dir dabei. ihr solltet der teleport rick und eine 2 beseitigt in die treu oder aber du bist er hatte full life und du bist gestorben ich war eh tot ich dachte vielleicht kriege ich einen schieberlange noch war knapp so wer lebt als nächstes wieder an einem sich acht stiefel gott sei dank dachte zuerst das werde ich komme ich kann mir leider bei einer guten position nicht alles aufsuchen oh nein die rennt in den phoenix und lässt sich sterben dann lass ich sterben ist er dir ricko kannst du ihn ulten ich hab jetzt erst wieder ult ja ich bin selber tot hier ja geil ja 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 und natürlich irgendetwas von chivalanke ah ne das war achso deshalb war der chivalanke. Tempere auf mir Um zu battle mit meinen Kindern! Kommt ihr weg? Das war ein guter Kampf! Ist er rein? Killing Spree! Riku wird sterben! Ah, so Blödsinn! Schade! Gewinnen wir jetzt gerade! Wir können grob upen! Grob upen? Ja, ihr holt euch doch jetzt einfach den Phoenix und dann den Titan und dann haben wir gewonnen! Der Team hat geslagt! Deist! Noch ein bisschen Heilung! Hier bin ich! Hier bin ich! Der ist nicht eingeladen! Ja! Siehste! Ich bin nur da! Siehste, hätte ich ihn nicht gefiert! Der hätte uns alle getötet! Siehste! Riku und ich haben ihn gecarried! Ich meine, nur was! Ja! Ja, das ist mir egal! Aber trotzdem haben wir nicht verloren, ne? Ja, du hast sie gebaitet oder was mit deinem Misstalent? Ich hab sie gebaitet! Eiskalt! 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 Und was haben wir denn? Sechs, sieben, ne? Guck hier, Lele! Mit vier, drei, zwölf, ne? Ich weiß gar nicht, was er hat, ne? Kann man spielen, was er will! Dirt Player Damage! Wohooo! Oh, was aber Wombo Combo! Oh, Wombo Combo! Oh, Wombo Combo!